Rebecca Mir ist nach der Geburt ihres Sohnes das erste Mal wieder für eine große Show auf dem Laufsteg. Gemeinsam mit vielen weiteren Weltstars legt sie einen Wahnsinnsauftritt hin, Baby, ruft Massimo Sinato, 40, vom Rand der Pariser Fashion Week, als Rebecca Mir, 29, im Licht des Eiffelturms über den Laufsteg läuft. Sie haucht einen. Kuss zu ihrer kleinen Fangemeinschaft. Nach der Geburt ihrer Tochter, ihr erster Job auf dem Runway, Rebecca Mir, neben Weltstars auf dem Laufsteg, neben Amber Heard, 35, Camila Cabello, 24, und Helen Mirren, 76, legt das Model einen tollen Auftritt hin. Die Babypause ist ihr nicht anzumerken. Überzeugen sie sich selbst. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017